Book Planet, die interaktive Online-Buchmesse des Künstlernetzwerks Künstlerplanet. Powered by Radio Planet Berlin. Hallo, ich bin die Astrid. Ich bin Sprecherin und Schauspielerin und Sängerin. Ja, genau. Und ich mache Hörbücher seit knapp zwei Jahren. Vorher, beziehungsweise jetzt auch noch manchmal, bin ich auf Bühnen aufgetreten. Ich habe kleine Programme mit Lyrik- und Gesangsstücken, also Songs mit einer Kontrapassistin zum Beispiel. Oder mit einem Pianisten zusammen. Freche Chansons aus 100 Jahren. Da gibt es einiges an Auswahl. Ja, und seit knapp zwei Jahren mache ich Hörbücher und Voice-Over. Und was ich liebe, sind Fantasy-Geschichten mit verschiedenen Charakteren. Auch Kinderbücher, wo man so in verschiedene Rollenreihen schlüpfen kann. In vielleicht so ein ganz zartes, kleines Wesen, eine kleine Fee, die irgendwie ein bisschen fragiler ist. Oder wie in dem Roman von der Liza Redwood, den Blutling, der total gefährlich daherkommt. Und ja, also ich liebe es einfach, mit der Stimme in ganz verschiedene Gefühle und Charaktere zu gehen. Ich liebe es auch, Ratgeber, also sachliche Themen zu machen. Das hatte ich jetzt bisher noch nicht so viele Sachen, aber auch das finde ich schön, weil ich finde, dass man sich da auch einfühlen kann. Also ich meine, es sind ja auch Menschen, die Ratschläge geben. Das heißt, Sachthemen sind ja auch Menschen, die etwas erzählen. Und von daher, ich finde das, ich habe schon gehört, dass Leute das ein bisschen komisch finden, dass man das beides mag. Aber es ist tatsächlich so und ich sehe ratgebende Menschen oder Autoren, die Ratgeber schreiben auch. Letzten Endes gehe ich als Schauspieler daran und sehe, dass das ja ein Mensch ist, der versucht, etwas zu erklären und etwas zu geben, ja, zu erzählen. Und von daher, meine Grundlage ist einfach immer so, das schauspielerische Rangehen im Hintergrund. Ja, okay, ich freue mich über Kontakt. Wer Interesse hat, melde sich einfach bei mir.